servus ich grüße dich der helmut ist hier und ich freue mich wirklich wahnsinnig dass du hier bei unserem sonntagsplausch ratsch und tratsch walk and talk mit dabei bist ratsch und tratsch das klingt irgendwie auch gut oder ratsch und tratsch auf alle fälle freue ich mich dass du mit dabei bist hier heute ich fühle mich direkt so ein bisschen ein bisschen frivol mit der dji osmo action cam seit langem wieder einmal und nicht mit der sony vor allem weil es sehr klein ist hier ein bisschen so zum rumlaufen eine gute sache ist auch nicht windig denn das was man warum ich die in letzter zeit weniger manchmal zum teil verwendet habe war wegen dem wind auch dass ich mir dachte man hört da entweder ist aber beim firmware update das auch mit dem wind nicht so gut ich weiß es nicht auf alle fälle ja schön dass du mit dabei bist ich habe das video jetzt noch einmal neu gestartet weil ich bei vorherigen video der meinung war ich bin irgendwie ins negative abgedriftet sehr schwierig sehr sehr große gefahr zum teil ins negative abzudriften ich habe sie schon gesagt dass es mir nicht wirklich gut geht oft und das merkt man halt auch dass dieses ist nicht so dass ich grund auf negativ bin aber halt wenn es dann nicht so gut geht dann siehst du eben die sachen halt nicht so gut dann ist das net net eben alles immer positiv du brauchst auch etwas länger ich brauche wirklich oft sehr sehr lange eben so wie heute wieder es ist da fühle mich halt nicht so gut und in dem sinn damit man so etwas positiven kommen möchte ich mir wirklich bedanken bei dir bei euch es ist wirklich gewaltig es freut mich wahnsinnig wie viele leute mir jetzt in letzter zeit hier wirklich unterstützt haben in sehr sehr vielen bereichen und was mich wirklich freut dabei ist auch wirklich die kommentare die die leute dazu geschrieben haben beziehungsweise die die e-mails die ich bekommen habe wo ich mir gedacht habe wow siehst du es geht doch vielen so es waren auch e-mails dabei wo ich mir gedacht habe wahnsinn es hilft auch anderen leuten wieder zum teil weiter das sind jetzt nicht hunderte oder tausende das fahren ein paar aber es hat mich richtig richtig stark gefreut also ich sehr sehr stark gefreut ich hätte ja gedacht wo ich mein thema so umgeschwenkt habe in der letzten zeit wo ich mir dachte ich muss das einfach so wie es auf der welt zugeht einmal jetzt dann hoffe ich dass jetzt ja nicht irgendwo in eine negative schiene zu kommen aber wo ich mir echt gedacht habe ich muss das jetzt einmal loswerden wie ich die welt hier sehe weil mich das erdrückt weil mir das in einer depression reingedrückt hat und es geht nicht darum mit der depression jetzt an das breit zu treten sondern es geht das waren jetzt frauen ich habe gedacht das hat geklungen als ob truth hühner gar kann und ihren gar keine nicht dass irgendwie breit zu treten sondern damit umzugehen rauszugehen obwohl ich ja nicht richtig weiß ich habe eine ahnung wie aber niemand weiß es wie es kann dir auch niemand anders besser erzählen als ich oder mit besser zählen anregung bessere anregungen geben als ich warum weil ja auch noch nie kein psychiater auf der welt irgendeine lösung hat für das problem mit dem wir uns heute gegenüber sehen dass davon dass du deprimiert bist aufgrund dessen dass wir in einer der george orwell das habe ich jetzt dann auch vor kurzem gelesen der hat da irgendeinen roman geschrieben der hieß glaube ich 1984 den hat er aber 1948 geschrieben irgendwie einen zahlendreher und da hat er auf englisch zwar irgendwie wir gehen mit sicherheit auf eine totalitäre diktatur zu also er dachte das wird 1984 passieren ich habe das gefühl es ist heute so heute der totalitäre diktatur der weiß ja nicht wie nennt man das heute sozial faschismus links links faschismus lizi links sozialisten ich weiß es gar nicht wie man das eigentlich was das eigentlich beschreibt diese totale diktatur in der wir sind weil die ja so recht supranational ist nicht nicht mehr national sondern wirklich supranational und in meinem empfinden und so wie ich bin ja was halt einfach die fakten hergeben wenn man sich das ganze so anschaut wie hat er ich wollte eigentlich sagen was der orwell also wir gehen mit sicherheit auf das zu genau und in diesen in dieser totalitären diktatur wird als erstes die freie die gedanken freiheit als todsünde oder tödlicher deadly sin als tödlicher sünde dastehen und später einmal wird es nur noch irgendwie abstraktes jetzt weiß ich gar nicht mal wieder das gesagt hat wird das nur noch eine abstrakte idee sein gedanken freiheit wird einfach eine abstrakte idee ist mit der gar keiner mehr irgendwie was anfangen kann und genau da da sind wir heute gibt natürlich viele deswegen sage ich herzlichen dank ich freue mich wahnsinnig darüber weil so wie jetzt und ich bin ja richtig aufgeregt wenn ich über so etwas rede weil jeder will ja immer so nana hier reden wir immer nur ja nicht getrauen irgendwie nachzudenken was wirklich ist so wie ich das gesagt habe die wahrheit mit umzugehen was ist jetzt wirklich da das ist leider da ich habe und ich frage mich ja oft warum kommt das so dass es ist ja wie ein crash gekommen und aber auch wenn man crash hat dann nimmt man ja oft die wahrheit auch nicht nicht wahr ne fährst du irgendwo kennst du selber oder vom freund der ist mal im bachbett rein so stand der im bach drin da hat er gesagt alles klar kein problem retour kann rein und wollte wieder rausfahren 80 grad nach oben also der war fast senkrecht im bachbett weil man einfach im unfall den schock hat und das ganze nicht wahrnimmt und nicht wahrhaben will und so ist es ja mir auch jetzt eine lange zeit gegangen ja aber damit lerne ich umzugehen das wird immer besser glaube ich zumindest hoffe ich es sei die einzige alternative dass man daran festhält das auch was der victor frankl gesagt hat dass man es in der zukunft sieht dass dass man es bewältigt das ist ja bewältigt dass man es bewältigt nicht so dass er wird schon vorbeigehen mit dieser art und weise aber dass man da wirklich weitermacht bis es vorbei ist bis man irgendwo an irgendwo anders rauskommt ich habe das so einige ideen das zu machen oder einige ideen damit umzugehen ich glaube momentan ich bin auf einem guten weg und ja es freut mich einfach es freut mich wirklich ich hätte echt gedacht so weil ich da wirklich von meiner ganzen seele sachen gesagt habe wie ich die welt so empfinde habe ich mir gedacht wo die meistens er guckt ihr den an wie beim artila hildmann weil ich habe es ja nicht so formuliert wie der artila hildmann wenn man so formuliert dann bringt das zwar klicks aber es bedeutet ja genau den tod nach das hat der obel an und irgendwie gesagt stand out of jeder der ja genau jeder autonomes denken menschen die autonom denken werden die obi stand out of existence das finde das passt irgendwie so gut mit stand out die werden ausgestempelt aus der existenz naja ist so du bist nicht mehr da das passt ja heute zur heutigen zeit wie wenn man den veganen koch da als beispiel nimmt dass er selbst wo ich mal gehört habe und da ist eigentlich das gekommen wo ich mal gedacht habe der hat vielleicht viel wahrheit gesagt weil normalerweise lügen und blödsinn verbreiten kannst ja ohne ende nur wenn die wahrheit sagt wird es gefährlich und dass der da auch direkt auf android und bei apple gesperrt ist da dachte ich mir das ist dann schon sehr extrem komisch also sehr extrem komisch wo ich mich frage ob er nicht die wahrheit gesagt hat aber wie gesagt ich weiß natürlich nicht alles was der gesagt hat nur das was ich gesehen habe das ist eigentlich in ordnung gewesen ich habe nie das gesehen was ich dann immer gehört habe von anderen die gesagt haben was der gesagt hätte das habe ich persönlich so nie erlebt also ja und das ist eben das gefährliche ich möchte also nicht in den freitod rennen genauso wie das der wie das der seinerzeit im zweiten weltkrieg war wenn man es wie der frankl sein buch liest sind ja einige von selber in den elektrischen zaun gerannt das will ich nicht unbedingt und deswegen ist das irgendwie schwierig wirklich diese überlebensstrategie wobei ich mit überleben noch mal raus streich nicht dass meine mit luft schnappen sondern leben wirklich als leben wie es ist als gefühl als das wie wir menschen eigentlich sind als freude so zu überleben wobei das schwer ist also dieses leben ist ja momentan tot also dass man ja komplett nicht nur mir sondern wahrscheinlich vielen anderen quasi gestohlen worden ja dafür wollte mir eigentlich wirklich so echt bedanken wenn man ich gedacht habe da werden 200 300 leute mehr werden da die die videos gar nicht gucken wo es wirklich um tiefsinnige sachen geht entschuldigung dafür müssen vielleicht sollte man überhaupt dafür entschuldigen dass ich angenommen habe dass das dass es so so viele oberflächliche menschen gibt und doch sehr viele tiefsinnige menschen darüber freue ich mich das wollte ich heute eigentlich einmal ausdrücken aber näher jetzt an die letzten zwei videos einmal da eben weiß bei mir halt gerade im leben war mal über thailand wieder waren aber in der nächsten zeit werden da ja geht es für mich darum dass ich halt darüber rede wie man damit umgeht deswegen noch einmal also es ist wirklich so das ist ja die es ist ja die die eine sache ist ja die dass man sagt unabhängig werden von der anderen meinung ja aber es ist freut halt irrsinnig wenn du merkst wenn echt du echt merkst dass die jemand massiv unterstützt zum teil also es war nicht und dir danach schreibt und sagt hier super es hilft mir total weiter in dem und dem und dem bereich und das ist eine gute sache auch wobei ja von von schönen von 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 netten wörtern alleine kann man auch nicht leben in unserer heutigen zeit aber es ist trotzdem etwas ja es ist aber von schlechten wörtern ja nicht dass wir die treten ja auch das jetzt verwirrt gesagt aber das ist ja dass das es ist schön so was zu lesen wenn wirklich so was konkretes ist nicht es ist immer schön wenn einer sagt cool ist aber unterschied unter jemand so auf der kuh super gerne wieder oder ob da jemand wirklich schreibt und sagt hier das und das das hat mich bedrückt die letzte zeit ich habe gemerkt ist immer stärker worden ich habe das video gesehen da habe ich nachgedacht super mister eben a knopf aufgegangen und dass den in gewissen bereichen oder in gewissen art und weise mit dem leben umzugehen für ihn leichter fällt oder für sie und das ist ja eine schöne sache die ich so sagen will so jetzt gehen wir da das sind wahrscheinlich die die todhühner habe ich so das gefühl das ist das coole in thailand noch oder die sind lustig das ist das das ist ja das ist ja 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 Ja, es bleibt allein. Ah, ja, ist schon mal? Ja. Ah, so gut. Okay, have a nice day. Bye-bye. Bye-bye. Ja, lustig, ne? Ja, sagen die. Ja. Das ist wirklich so etwas, aber das ist das, was mir halt fehlt. Das war ja früher ganz normal. Das kann ich mir heute, das musst du dir echt mal vorstellen. Heute kann ich mir schon manchmal kaum mehr vorstellen. Das war normal, du bist durch ein Dorf gegangen und die Leute waren lustig, die haben da entgegengelächelt und das ist massiv abgenommen. Wirklich, seit das große Update eingespielt wird weltweit, massiv, nicht weltweit, aber in der letzten Zeit massiv abgenommen. Wirklich massiv. Aber ist ja logisch, weil, so wie ich auch, wenn man bedrückt ist, wenn man nicht so bewusst ist und man merkt Druck, 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 da geht der Druck irgendwo anders hin und dann ist man halt nicht mehr so gut drauf. Also, damit sage ich heute einen schönen, ich wünsche dir wirklich einen schönen Sonntag. Ich freue mich, wenn du weiterhin mit dabei bist. Manchmal werden halt Videos über Thailand kommen. Das mache ich auch. Ja, genau. Das klingt doch wie ein Trottan, oder? Manchmal werde ich weiterhin Videos über Thailand machen. Das ist klar, aber hauptsächlich jetzt einmal in der nächsten Zeit wirklich, wie wir damit umgehen können, mit dem, dass wir, ja, gerade auf dem Weg sind, die na echt totalitäre Diktatur. Es gibt viele, die sehen das nicht. Die sagen, das ist super. Hier kann ja eh, darf ja eh alle, alle vier Jahre meine Stimme abgeben. Ich glaube, eigentlich sind es die wenigsten, weil ja unsere Meinungsfreiheit, Redefreiheit, Denkfreiheit ja versucht wird einzuschränken. In dem Sinne, ich will das nicht negativ reden, einfach als Fakt wahrgenommen. Ich freue mich wirklich auf das nächste Mal, wenn du das nächste Mal mit dabei bist, bei den nächsten Videos. Manchmal wird es Thailand Videos geben und ansonsten gibt es halt Videos über Philosophie, wie ich mit der Situation umgehe, wie ich versuche da raus zu gehen. Vor allem darüber, ja, weil mich das auch sehr freut, wenn ich merke, dass es Leute anreden, wenn man jemandem schreibt, wirklich konkret schreibt, wo es ihm geholfen hat, wie es ihm geholfen hat, wo es ihm vorher gedrückt hat, wie sich das gelöst hat. Finde ich super cool und in dem Sinn, ich sage Servus, einen wunderschönen Sonntag noch, alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ciao.